Hallo und willkommen hier beim MacManus Technikprojekt auf dem Community-Server. Und ja, ich bin der Pixelspaß und bei mir ist der liebe Swamp Crusher. Hallo. Die liebe Jana. Hallo. Der Fabian. Hallo. Natürlich der MacManus. Hi Leute. Und der General Pangio. Hi. Jo, und wir waren hier stehen geblieben bei eurem neuen Gebäude. Was wird das hier? Ja, das wird ein wunderschönes Museum. Und das baut der Fabian im Moment. Also ihr habt auch jetzt in eurer Stadt hier, habt ihr auch wirklich so Aufteilungen. Es baut so jeder so sein Gebäude, da kann er frei individuell gestalten und alles. Ja, so ungefähr. Jeder baut das, was er möchte und wir gucken dann, dass es so ein bisschen ins Stadtbild passt. Ich glaube, ich ziehe um. Baue ich dir etwa zu schlecht, Tito? Nein, aber ich finde das cool. Ohne Mist. Okay. Also das wird das Museum. Das wird das Museum. Das ist noch im Rohbau. Aber ich finde es auch schon mal ganz cool. Also die Idee zumindest. Da muss man mal gucken, wie es drumherum noch. Ja, ich finde es sieht schon sehr, sehr gut aus. Okay. Oh, hier ist die große Halle. Warte mal, schauen wir uns doch glatt mal an. Sehr schön. Bin sehr gespannt, wie das dann mal aussehen wird. Wenn es fertig wird. Kann so sein. Sehr gut. Okay. So. Um nochmal auf die Technik zurückzukommen, würde ich sagen, gehen wir schnell mal hier rüber. Wir haben ja hier so eine kleine, diese Arena, die hast du ja auch schon gezeigt, gebaut. Ja. Und ja, von oben gibt es da nicht so viel zu sehen, aber hier drüben gibt es einen Eingang. Oh, das kleine Wasserloch? Nee. Ach da. Ach, wo ist der Mausteiger? Wir brauchen natürlich, um Mobs zu spawnen, brauchen wir natürlich Essenz. Und da haben wir hier auch einen Essenz-Tank drunter. Der ist jetzt schon fast voll mit 1,7 Millionen, äh, ja, Mini-Buckets. Hier unten drunter. Okay, warte mal. Essenz. Ah, nice. Ja. Habt ihr genug? Ja, das klappt, weil wir haben... Oh, das ist ja ein Urhebereskelette. Wir haben einmal hier den Spawner hier drüben. Ja. Wer das macht. Wir haben gerade Energieprobleme. Okay, ja, das ist dein Problem. Ja. Und dann haben wir hier drüben nämlich Essenz-Barry-Busches, die automatisch abgeerntet werden und aus denen dann, ähm, ja, Essenz wird. Ah, okay. Und dann quasi mit der Essenz spawnt ihr? Spawnen wir oben. Genau, kannst du oben reingehen und kannst gegen verschiedene Monster kämpfen. Und die wollen wir dann noch richtig ausbauen, dass du eine richtige Auswahl hast mit, mit, ja, mit allen möglichen Gegnern. Also im Moment haben wir Wither-Skelette, glaube ich, drin. Oh. Ja. Das ist, das ist gut, weil die Wither-Bones, die braucht man ja auch, ne? Genau. Für diese, für diese Tanks hier, wie heißen die, äh, diese, diese Hurt-Tanks da oder, keine Ahnung. Ja, die Hanl-Kanister. Ja, genau, die Kanister, genau. Komm, lass mal kämpfen, ich will mal kämpfen hier. Nee. Hat eine bessere Idee. Panjo? Ja. Rein da. Ja, 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 sofort. Zumachen. So. War der hier, das ist die Tribüne? Genau. Warte, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal mit dem Burger essen. Jetzt kriegt der Panjo auf den Sack, jetzt will ich sehen, wie er hier, wie er hier zerstört wird. Kommen wir gleich da auf den Sack kriegen. Ja, hallo? Ja, ist der. Du musst ja den Hebel umlegen. Achso, der ist schon. Der ist schon. Ja, der braucht noch etwas mit Duak. Panjo wird sterben, Panjo wird sterben. Wäre fertig sein, oder? Hallo? Ja. Oh, da ist einer. Och, das ist ja langweilig. One-Hit hier, das ist ja Mist. Das kannst du behalten. Sehr schön. Cool. So eine richtige Arena zum Kämpfen, das ist nice. Genau, und du kannst dann da alles möglicher als spawnen, wenn es dann so weit ist. Oh nein, Fabian, rein. 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 Okay, also man soll, also es soll schon so wirklich alles drin. Genau. Wir haben da drin sogar schon Gas gespawnt, das funktioniert. Okay, das passt. Wir sind halt Pinguine. Also es passt. Ja, Pinguine, genau. Ja, ich geh mal holen. Das sind Pinguine. Ja. Seht ihr gleich. Ja, die werden noch nicht gemetzelt. Was habt ihr eigentlich da hinten mit diesen Beacons? War das letztens schon? Nee, nee. Nee. Aber dann gehen wir jetzt gleich hin. Okay. Ja, das Schöne ist natürlich, ist klar, die verschiedenen Tiere brauchen oder verschiedene Gegner brauchen verschiedene Mengen an Energie und verschiedene Mengen an Essenz und dementsprechend schnell spawnen die dann natürlich auch. Und das letzte Mal, da hatte der Marco dann unsere Pinguine gespawnt und hier war richtig voll alles mit Pinguinen. In der ganzen Stadt sind die rumgerannt. Oh mein Gott. Okay, die spawnen natürlich schneller, ist klar, ne? Ja. Aber auch im Moment haben wir wohl Energieprobleme, weil der Marco ein wenig, ja, viel Energie verbraucht. Der hat irgendwas mit mir, der Pinguine. Ja, so ein Draconium-Block legt sich ja nicht ganz ohne Energie auf. Wahnsinn. Ja. Cool. Sehr gut. Na gut, gehen wir weiter. So, gehen wir und zwar hier rüber und dann hier den Feldweg lang. Und dann hier im Wald. Oh, hier ist ein Altar von Bloodmagic, oder? Nee, Witchery. Äh, Witchery. Blutmagic ist drin. Destillation. Ja, das ist unsere Magiehöhle. Oh mein Gott. Vom lieben Fabian. Ah, die hat auch der Fabian gebaut? Ja. Und der Abschnitzel. Nice. Hühner, wo sind Hühner? Das sieht auch sehr, sehr cool aus. Ach, hier hast du den, hier hast du den Bloodmagic Altar, alles klar. Ah, ja, werde gerade alle in den Trashcam gebracht. Wir gucken Hühner durch die Wand, aus dem Grund. Weiß. Das sind gar ein paar Hühner drin. Ja, ein paar. Das ist ganz im Freiland. Wo sind denn die Hühner? Da hinten. Hier oben. Das ist sehr nett. Hast du den schon voll ausgebaut? Nee, nee. Das ist Tier 4, oder? Oder Tier 3? Im Moment ist Tier 4, aber eigentlich ist es Tier 5 ein Wege denn biegen, aber irgendwie funktioniert nicht ganz. Du hörst sie nach die Steile drum, die müssen doch nicht weg, oder? Nee, nee. Die müssen, die kann da bleiben, das ist denen egal. Okay. Sehr cool. Also das ist auch echt nice. Was ist das hier eigentlich an der Wand? Magenta Arcandle, okay, das sind Kerzen. Ja, die sind auch ziemlich cool, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das Problem mit Fabian ist nur, bei dem weiß man nie, was passiert. Es ist nämlich häufiger so, du läufst hier so ganz gemütlich durch die Stadt und auf einmal trifft dich ein Blitz, weil Fabian immer wieder irgendwas rummertritt. Das ist geil. Ja. So, bing. Und das ist lauter als jedes Gewitter, ja, also ist es echt heftig. Ich finde das Schild hier auch schön. Entschuldigung. Das ist, das, welches Schild, wo, wo, wo? Das ist hier vorne am Eingang. Ach hier, war da. Warnung, hier wohnt eine Hexe. Ja. Fabian, müssen die Beacons nicht höher als die Redstone-Blöcke sein? Äh, Bloodstone-Blöcke. Äh, ich kann nachher mal gucken, aber für sich auch. Weil hier geht ja alles. Ja, eigentlich muss, äh, alles muss immer eine Etage runter, jede Blattdrohne. Hier ist normale Höhe, dann ist die Etage runter und dann ist die Etage drunter. Das ist im Englischen korrekt, ja. Oder Goldblöcke. Geht auch mit Goldblöcken. Na gut, hier. Ja, auf jeden Fall habt ihr so ziemlich jetzt das gesehen, was es bei uns zu sehen gibt. Im Moment. Aber das ändert sich bei uns ja täglich, wie du allein schon am Creeper, auf dem Mac Creeper sehr schön sehen kannst. Ja, auf jeden Fall. Der ist auch richtig cool hier oben. Ja, und, äh, genau. Dementsprechend, äh, ja, gibt's viel zu sehen. Also hier werden wir auf jeden Fall noch öfter sein in der Stadt, weil, ähm, wie gesagt, wenn die Jungs hier immer fleißig bauen, ähm, das muss auf jeden Fall gezeigt werden. Das war ja, oder ist ja auch Hintergrund so ein bisschen, äh, von dem Projekt. Was halt echt cool wäre, wenn, wenn alle so kreativ und alle so, so cool hier wären, auf dem, äh, wenn man quasi mehrere Städte hätte, ne, wo das, wo das solche Ausmaße annimmt. Also das ist schon cool. Das wäre schon echt nice. Kann ja noch werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Mal gucken halt. Zwei neue Mitspieler kommen jetzt wieder hinzu. Das ist der Wusi und der, ähm, ähm, der James. Da müssen wir halt mal schauen, ob die, ähm, eine eigene Stadt beziehen und da ein bisschen was bauen. Ihr seid halt auch einfach eine super Truppe, die sich halt verstehe. Das ist halt der Vorteil, ne? Eben. Das ist halt so viele Leute. Ja, das stimmt schon. Also das ist schon so eine Stadt, sag ich mal, so fünf, sechs Leute, denke ich, ist schon, ist schon ganz cool für so eine Stadt. Dann kommt auch was bei Rum, ne? Dann passiert auch was. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe die Freunde angeguckt hier hinten. Hm? Sehr cool. Nee, die hatte Tino aber sehr schön gezeigt in, ähm, in seiner ersten Folge. Guckt es euch übrigens mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, ich habe sie zum Beispiel noch nicht gezeigt. Mit Günther. Das ist echt. Ja, das fand ich auch cool hier mit diesem Stall. Günther. Auch hier, die Ecke, die fand ich so. Äh, Schriftsteller? Nee, nee, Günther wollte gern Schriftsteller werden. Ach so, deshalb steht er jetzt wieder hier, oder was? Ach, hier steht er ja. Herrlich. Sehr schön. Na guti. Okay, aber wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Ihr könnt ja noch erzählen, falls ihr noch was geplant habt, oder? Ja, im Grunde ist das noch relativ geheim, aber ihr habt es ja schon gesehen, also das, ähm, das Museum, äh, entsteht. Mhm. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass höchstwahrscheinlich auch noch ein Zoo dazukommt. Oh, ein Streichelzoo? Ja. Da kann ich ja mit meiner Tochter dann vorbeikommen. Genau, und da kann ich noch ein paar Creeper-Streiche hingehen. Super. Ein paar Creeper-Streiche, ja, na gut. Ich habe mir halt nicht so richtig getraut, hier diese Hebel umzulegen. Ich wollte mal schauen, wie das geerntet wird. Ja, wie gesagt, das haben wir nur gemacht, weil wir so einen Überfluss davon hatten, dass wir es einfach ausgemacht haben, weil, ähm, ja, klar. Wenn wir was wieder brauchen, machen wir es wieder an. Aber das, das denke ich halt, oder das hatte ich vorhin gemeint, vielleicht, ähm, ist es eine Option für euch, ähm, eben ein bisschen Biofuel zu gehen und da noch, ähm, ein bisschen was zu machen, weil gerade hier, das kann man so im Überfluss, und das kann man ja eben hier, die Suite, das kann man ja zu, zu Biofuel weiterverarbeiten. Das ist doch eine gute Idee, das schau ich mir dann nachher mal an. Dino, stell ich mal bitte neben die Frugelsteuche. Das hat Ähnlichkeiten irgendwie. Guck mal, ich will einen Screenshot machen, stell ich mal daneben. Warte. So. Da steht neben mir, so. Sehe ich mal nach links etwas? Andere Seite? Anderes links. So, ja, ja. Da ist ein Schmerz im Weg, ja. Perfekt, wunderschön. Ja. Wunderschön. Bitte. Fotoshooting auch abgeschlossen, super. Okay, das ist echt nice hier, also das gefällt mir sehr gut. Das ist so eine Stadt, so, so stellt man sich das echt vor. Da ist halt auch, wo es halt auch viel zu entdecken gibt und so. Das finde ich auch immer cool, wenn nicht alles gleich so offensichtlich ist, gerade wie bei eurem Ministerium, äh, wenn es dann halt wirklich auch so, dieser Serverraum, das alles versteckt ist, noch so ein bisschen und der Reaktorraum und so, das sieht schon echt nice aus. Ja. Ja, wie gesagt, damit halten wir halt auch die Leute raus, die da nichts zu suchen haben. Das ist richtig, das ist auf jeden Fall richtig, weil theoretisch kann ja jeder in der Stadt vorbeischauen, es ist absolut verboten, irgendwas mitzunehmen oder, äh, an irgendetwas rumzufummeln hier. Klar, bei den MC Küper, das habt ihr extra so gemacht. Das finde ich auch richtig gut, wie ihr das gemacht habt, kann man hier schön den Button drücken, dann kriegt man eben was zu essen, kann man das mitnehmen. Hier, ah, das finde ich auch Cookie Char, das ist ja eigentlich so nice. Aber ich glaube nur der linke hat echte Cookies drin. Ja, dem rechten haben wir etwas Müll reingelegt. Ja, und, äh, das finde ich echt cool, also das ist, das ist echt nice. So, na gut, ja, das habe ich auch gesehen, das ist auch cool. Aber, wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun, Pagnon. Ja. Ich würde sagen, wir switchen mal in unsere Stadt. Ach, übrigens, könnte das eventuell sein, dass ich keine OP-Rechte mehr habe? Hm, nein. Ah, ist nicht still. Weil, äh, ich konnte nicht mehr, ähm... Probier's jetzt mal. Ja, ist in Ordnung. Weil, äh, ich glaube mit dem, mit dem Versionenwechsel, ähm, 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 hab ich auch die OP-Rechter verloren gehabt. Ja, da haben, ja, könnte gut, könnte gut gewesen. Ist ja nicht schlimm, aber ich habe es nur gemerkt, weil ich mich teleporten wollte über die Waypoints. Und, äh, das ging eben nicht. Aber ist nicht schlimm. Oh, der braucht jetzt etwas länger zum Aufbauen. So, wir haben ja hier hinten auf jeden Fall unser Häuschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt hatte, äh, was wir das letzte Mal gebaut hatten. Ach man, jetzt fühle ich mich gerade so winzig hier bei uns. Hm. Mit zu wenig Technik. Panyo, wir müssen Gas geben. Ja, du kannst ja deinen IC2, was du da mit deinem Scanner gemacht hast, ihr mal zeigen. Ja? Ja, das hatte ich auch wenig. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Aber ich glaube, ich hatte, ja doch, ich hatte das gezeigt. In dieser, äh, ja, ja, bei diesem kleinen Let's Show oder bei diesem Stadtrundgang. Mit dem Bottler und den ganzen Quark hier. Und diesen Blast-Firniss. Also dieser Blast-Firniss, das ist einfach viel zu langsam. Das ist das Problem. Aber ansonsten eigentlich, naja, man hat es halt mal gebaut, ne? Ich will ja auch nochmal erzählen, was hier noch so entstehen wird. Hier hinten ist unser Schlafgemerz. Das habe ich auch gezeigt. Hast du es eigentlich schon weitergebaut? Nee. Aber hier ist doch noch irgendwas. Das war doch noch nicht. Ja, das hier. Ähm, da kommt unsere Kuhfarm rein. Ah, okay. Und zwar, es wird so sein. Ja, das sind Teleportler. Das wird so sein, das kann ich mal kurz erklären. Ähm, hier oben, hier ist noch nicht fertig. Hier oben, hier wo ich jetzt stehe, wird noch eine Mauer hingetragen. Kühe werden hier drumherum stehen alle. Und hier vorne wird ein Breeder sein. Das heißt, er wird sie vermehren. Das sind die vermehren hier. Ja. Und die Steine, die hier sind, die werde ich wegschlagen. Wenn du die wegschlägst, werden die kleinen Kühe nach unten fallen, weil es hier oben zu wird. Wenn nur die kleinen nach unten fallen. Die werden dann alle hierhin befördert. Und werden die killt. Und hier werden sie dann wachsen. Hier werden sie dann wachsen. Wenn sie groß sind, werden sie erst gekillt. Ah, die stehen dann alle hier vorne und dann wachsen die? Ja, sobald sie groß sind, werden sie gekillt. Vom Slaughterhouse ist ja hier noch. Oh, nice. Das wird so unsere kleine Kuhfarben sein. Das ist ganz cool. Und dann bringen wir dann etwas flüssiges Meat raus. Und daraus können wir uns dann essen machen. Aber Panyol, ich habe mal eine andere Frage. Und zwar betreffend unseren Big Reaktor. Ist das nicht etwas ineffizient für die Größe? Weil theoretisch könnte man doch hier überall noch Dings reinsetzen. Control-Rotz. Ja, aber dann würde wir uns überhitzen wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Ja, auch gar nicht. Also muss ich gerne sagen. Ja, wenn ihr überhitzt, kriegen wir ja nur weniger raus. Ja, lass reden. Könnten halt noch mehr Rotz hier reinmachen. Also ich bin der Meinung, wenn man jetzt hier überall noch mal versetzt die Rots reinsetzt, dann ich glaube nicht, dass der überhitzt. Weil ich da hau mal was rein, auf welcher Temperatur läuft denn der jetzt? Weil wir haben unten alles voll, hauen wir nicht so viel rein. Ja, nur einfach mal ein oder zwei. Jetzt bin ich natürlich gleich mal auch hier. So, gucken wir mal. Weil mit so wenig läuft der halt nicht so viel. Da ist jetzt was drin und der läuft mit 20 Grad weiter. Da sind jetzt zwei drin. Ja, der läuft mit 20 Grad, Alter. Der friert ja. Ohne Scheiß. Also da können wir wirklich, da können wir hier noch was reinbauen. Ja, bringt ja viel mehr. Überleg mal, wie riesig der Reaktor ist und wie wenig der eigentlich dann bringt ja auch. Ja, müssen wir aber gucken. Wir haben halt unten, aber ich habe einen Stack reingemacht. Guck mal nach unten. Ich habe einen Stack reingemacht und beide Capacitator Banks waren voll. Weil ich diesen Stack drin hatte von Jelorium. Warum zeigt die eine Capacitator Bank eigentlich, warum geht die Anzeige nicht bis hier runter? Ich weiß es nicht. Hier drüben geht sie bis nach unten. Also ne. Komisch, oder? Ganz komisch irgendwie. Okay, die hat 100 Millionen RF und die hat 20 Millionen RF. Okay. Ja. Kleineren. Oh, das ist, ach ne, das ist nicht neu. Ne, so neu ist eigentlich, also so neu ist wirklich nur der Rohbau da für unsere Kuhfarm. Ja, habe ich noch nicht geschafft. Ist ja nice. Auf jeden Fall, ja, wirklich cool. Ja. Aber ich versuche ja immer noch das, ich versuche ja immer noch das Unmögliche, hier diese Quantum-Rüstung zu bekommen. Ja. Ja. Also, das ist, ja, habe ich mir für die nächsten 50 Parts was vorgenommen. Ne, Spaß. Aber Pixel, du darfst jetzt gerne, ach, voll gewählten. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ach, das ist ja schon wieder so weit. Das ist ja traurig. Die Zeit. Das ist die Zeit. Dann danke ich euch, meine Lieben, fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert den lieben Tino und schaut natürlich auch bei dem Pixel vorbei und bei dem Panjo, alles in der Videobeschreibung. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschau. Tschau.